Hallo wieder, da bin ich schon wieder da, mit einer kleinen Quest für euch. Na gut, dann mal los. So, Spieler. Passwort gesichert? Nein, abschließen. So, zack, zack. Wir haben ja nicht ewig Zeit, ne, für die Quest. So. Bum, tiri, bumm, tiri, bumm, tiri, bumm, tiri, bumm, tiri, bumm, bumm. So. Was müssen wir machen? Irgendwo hier unten müssen Spuren vom Sora Magdaros sein. Sora Magdaros müssen wir suchen. Okay. Hm, ich glaube, wir können wir uns hier ausnehmen, ne? So, was gibt's denn da schönes? Chefkochgericht, ne, das ziehen wir uns rein, ne? Dort, das überspringen wir gleich, sonst gehen wir wieder Copyright. So. Mhm. So, ein paar Steinchen mitnehmen. Dann muss ich kurz da raustappen, kurz. Ähm. Machen. So. Ähm. Dann dürfte die FPS auch wieder besser sein. So. Schauen wir uns, Kieszettl, nehmen wir was mit, zum Jausnen wieder. Großfleisch, Fleisch, alles mitnehmen. Hm. Was ziehen wir uns rein? Nährstoffe haben wir uns. Wir haben welche mitgenommen. Jawohl. Eine Mega-Nährstoffe, ja geil, ne? So. Lebensbalken-Full. Dann haben wir uns noch ein Müsli rein. Geht noch eins, ne? Dann lassen wir ein Pumperl-Full, ne? So. Werte Hilfe, ne? Schleifstern brauchen wir nicht. Äh, Trank, na. Hm. Nein, brauchen wir auch nicht. Kräutermischung. Mega-Trank, da. Da. So, müssen wir uns ein bisschen das Stein holen. So. Und dann marschieren wir los, ne? Ähm, Karte, ist da irgendwas angeben? Aha. So. Wir müssen wahrscheinlich hier lang. Komikisch. Hoppala. Gut, jetzt nicht so. Äh. Da ist was. Ein Häufchen. Äh. Ja. Doch. Die Sora mag doch. Mag... Was ist das? Magdaros. 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 So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. So. Was ist denn da? Eine Lehmkröte. Oh wei. Schnell weg. So. Ich glaube, meine Pilze brauche ich noch. Oder auch nicht. Eine Kröte. Äh. Komm mal. Kann ich schon ein Leuchtfolcher machen? Ne, 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 ne. Computer sagt nein. So. So. Kamaserinrotes. Kamerinerrote. Frucht. Kaminrotes. Die haben immer so komische Namen. Müssen im Bild irgendwie alles umschreiben, ne? Na ja. So. In der Höhle war ich noch nicht, glaube ich, oder? Schauen wir mal auf die Karte. Nee, 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 nee. Das ist das neue Gebiet. Sehr gut. Dann kommen wir richtig weit einmal. Das schaut einmal cool aus. Ist das Fische? Ja, sicher. Warte mal. Angelrote. Angelrote. Schaut richtig geil aus, das Wasser. No. Fischi, Fischi, Fischi. Hier, Fischi. Ja, so. Ui, ui. Was haben wir denn leckeres? Ein Goldfisch. So. Nochmal. Zack. Ne? Jawoll. Was haben wir denn jetzt? Wieder ein Goldfisch. Jawoll. Und drinnen da. So. Die Fischen alles leer. Ja. Ja, die beißen ja richtig gut hier, ne? Sehr gut. Nur machen wir gerne Fischstäbchen, ne? So. Na? Na? Zappel, zappel. Zappel. So, ist verscheucht. Super. Reinholen. Warte mal. Vielleicht kommt wieder eine neue. So, wo ist denn unsere Strichchen? So. Und dann hinein wieder. Und? Jawoll. Jawoll. Oh, das ist ja ein dicker Fisch. So. Da müssen wir richtig arbeiten. Das ist ja. So. Ja, was haben wir denn da? Ein Golden Shipper. Schaut euch den Ocean. Golden Shipper. So. Da hinten ist auch einer. Nimm den. Nimm den nochmal mit. So. Komm schon. Jetzt hab ich's verjoggt. Jetzt hab ich's verjoggt. Uiuiui. Uiuiui. Da hinten ist noch einer, gell. So. Ruck. Na? Psch. Ganz leise. Komm schon. Mäusern. Sind die ein bisschen schüchtern, ne? Unten noch einer. Egal, gehen wir mal weiter, ne? So. Ui, Fledermäuse. Wollen wir gleich angeln. So, einpacken. Ähm, wo müssen wir hin? Sind wir da richtig? Ja. Äh. Hoppala. Hoppala. So, einpacken. Und weiter. Jetzt haben wir es zum Fischen. Er schaut schon geil aus, das Wasser. Oh, da sind Fische. Große Fische. So. Aufrück. Ja. Komm her. Au. Holy moly. Verrnach mal später. No one. No. 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 So. Schau, 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 schau. Mit der Angst haben. Der muss ruhig sein glaube ich. Weiter müsste mir ruhig sein hier. Gespalter. Jetzt, 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 jetzt. Dada, 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 dada. Sehr gut. So, nochmal. Hau ruck. Jetzt ist mir nichts. So. Jetzt Hau ruck. Hau ruck. Riecht das? Komm schon. Nimm das Chappi. Kommt jetzt. Jawohl. Komm, 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 komm. Wie ist es? Barscher Köder. Ach so, Köder gibt es auch. Egal. Einpacken. Wo müssen wir hin? Wir müssen da irgendwie rüber. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Markieren mal den Förderplatz. Ist schon erschweint. Das gibt mir richtig Gas da. Bäm. Und einpacken. Und alles mitnehmen. Mää. Und der Moos-Schwein. Warum heißt das Wiene? Keine Ahnung. Irgendwie so eine komische Sprache. Wahrscheinlich würde er da einmal hermischen. So. Ich hoffe, wir kommen hier weiter. Oder? Kommen wir hier weiter? Schauen wir mal. Ruck. Runter da. Komm, 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 komm. Hopp. Schau. 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 Spähkäfer. Was haben sie denn gefunden? Schau mal, da. Wo? Oh je. Kommunikationsfehler wieder aufgetreten. Das bedeutet, wir kriegen keine Hilfe. Hm. Wärgerlich. Aber. Schauen wir mal kurz hier rum. Da ist ein Häufchen. Hm. Wärter Platz. Hier könnte man auch wieder gut fischen. Das machen wir irgendwann mal wieder. Dann macht das wieder ein Off. Wärtszeit habe ich ein bisschen wieder gesammelt. Und es dürfte ein bisschen langweilig sein. Wärtszeit nur Farm. Aber wir können auch eine Mariner Farm-Tour machen. Und dann, glaube ich, in Folge. So. Mal schauen. So. Wo ist unsere Kollegin? Ah, Vanille. Die gute Vanille. So. Aber hat sie was gesagt? Schau, schau. Hat sie da hinten geschossen? Ah, da ist sie. Da ist sie. Ganze coole Freundin, ne? Die Wild-Expertin. Mal schauen wir mal. Ist noch warm. So Häufchen. Geschruft. Wir sollten uns trennen und umsehen. Das ist eine schlechte Idee, Mädel. Oh, weh. Was kommt denn da jetzt auf ihr Viechertel? Yay. Na, grüß Gott. Oh, der Garon. Ja, bist du ein schönes Viechertel, hä? Ja. Krallen hat er, ne? In Hunger. Ja. Wir sollten uns wirklich bleiben, ne? Sie kann da bleiben und ich lauf weg. Was machst du denn? Drama. Baby, drama. Drama. So, die da. Verpackt mich schon. Nichts anhalten. Renn weiter. Wir können sie nicht zurücklassen. Sicher. Sie kann dieses Ding nicht aufhalten. Sicher. Wir müssen ihr helfen. Nö. Noch gar nicht, Mann. Hoffen... Und weiter geht's, ne? Notsignal habe ich jetzt da abgesetzt. Die Quest neu gestartet, um eine neue Online-Sitzung zu erstellen. Ich hoffe, wir kommen ein paar Leute dazu. Äh, ich weiß nicht, wie stark das Monster wirklich ist, jetzt nur, der Zeit. Ähm, Mäuse sind gerade. Haben wir das auf der Karte? Hier ist das. Haben wir schon markiert. Sehr gut. Leuchtkäfer sagen. Nach oben. Ne, das kann nicht sein, oder? So, schauen wir mal. Wird schon passen, ne? Nehmen wir eben die Spurkäfer. Sagen wir mal Leuchtkäfer. Egal. Wir werden schon wissen, den Weg, ne? Dann werden wir gleich unseren Freund treffen. So, ist er. So, das nehmen wir mal mit. Hoppala. So. Hau ruck. Auf wieder. Okay, das sind schon mal ne Echsen. Äh, da ist er. Da ist er. Okay, dann geben wir Gas. Drehen. Ne, er schreit schon. Ah weh. Er ist weg. Drehen, drehen, drehen. Das musst du verstehen. Hoppala. Der, der Gift-Ding da, verdammt. Hoppala. Schnell was essen. Was hat denn der da für, was hat denn der für Gift, oder was? Was ist das? Schnell weg. Bevor er ist explodiert. Ja, der haut mir irgendwas drauf. Ich weiß nicht was. Wenn ich vergiftet, oder was. Ich seh das nicht, wie das heißt jetzt genau. Irgendein Gegengift brauch ich. Das durchschalten und das Kämpfen gleichzeitig. Das ist nicht meins. Nein, nein. Der Mikke, schenkst du mir helfen kurz? Ja, dann gehen. Dann gehen. Da, 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 da. Ich werde sterben. Anscheinend. Erste Hilfe. Hilft das was? Ne. Mega-Trank. Ah, ist das stressig. Kräutermedizin. Hilft ja auch nicht. Was, was hilft dagegen? Weiß es nicht. Ich werde sowas von sterben. Wieder ein Quest. Schreit schon wieder herum da. Jetzt abgehauen? Okay. Äh, was ist das da? Nehmen wir das nochmal. Astero Jerky. Okay. Das hilft, also. Gut zu wissen. So. So, verfolgen wir. So. Jetzt können wir das. Das Fleisch müssen wir veressen. Dann geht's. Ok, zog. Dürfen wir mal ein bisschen immun sein. Noch. Auwe. 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 Aua. Aua, aua, aua. Und weiter. Jetzt hat er uns. So, das Ding rein. Und drank. Der ist richtig schwierig. Alleine. Kommt mir vor. So. Du bist der richtig gemeiner. Das sind auch so flink immer so schnell. Schau. Ich komm dir noch zum Schlagen. Wo, 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 wo. Ich hab so viel Zeug einböckstecken. Oh, ja, 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 ja. Mit dem Unterschied auch noch. Oh, ja, ja, ja. Was hat denn der... Der hätte was gegessen jetzt. Okay. So. Jetzt aber, komm. Verdammt. Könnte nicht aufhören, ein bisschen. Ich müsste den unteren ein bisschen so. So, so, ja, das ist schön. So gefiltert, dass und rennt er. Der war schön, der Angriff. Der hat mir gefallen. So, wo ist das viel Zucker? Das brauchen wir. So. Ich seh nix mehr. Wo, wo, wo bin ich? Hallo. Uhu. So. Der muss sitzen. So. So. Wo ist er? Bleib ruhig. Wo ist er? Ist er abgehauen? Okay. Haben wir da was? Material? Cool. Haben wir da Material? Nee. Schade. Fußspuren. Okay. Dann ziehen wir uns einen Trank rein. Fleisch haben wir leider keins mehr. Können wir mal wetzen. So. Erste Hilfe haben wir noch. Mega Nährstoffe brauchen wir nicht zurzeit. Das auch nicht. Mega Trank vorbereiten. So. Wir hoffen, wir haben den gleich. Dann. Die Frucht brauchen wir auch. Gehen wir auch gleich mit. So. Jetzt haben wir auch erledigt. Da ist er. Und gewinnen. Boah, du. Das ist ein... ... ... ... ... Bleib steinermann. Boah, der ist halt sperrig zum Kämpfen. Der hört nicht auf zum Schlagen, ne? Man kann so schlecht ausweichen. Nee. Haben wir jetzt den Schwanz abgeschlagen? Nee. Schade. Ja, Tee halten wir und dann gehen wir rein da. Ich glaub, wir haben den Schwanz halt abgeschnitten, oder? Glaub schon. Haut. Hey. Wohne wieder. Uah. Uah. Schrei nicht. Kriegst du dann das... Au. So. Auwe. Rückzug. Trinken, trinken, trinken. Wir haben schon so ein Schwanzstück abgeschnitten, ne? Sieht halt so aus. Oh Mann, ich hab nix... Ich hab nix... ...kann geh-gift. Das ist so ärgerlich. Oh Mann. Verpiss dich, ey. Was ist das? Okay. Wo ist denn der Schwanz? Oh Mann, oh Mann. Ich konzentriere... Ich bleib'n muss... ...meh'n mehr konzentrieren. So. Rein da. Ich hab hier keine Heldrinke mehr, verdammt. Ich verdrück' mich hier mal die ganze Zeit. Das ist so... ...kacke. Aber wo ist der Schwanz abgeblieben? ...kacke. Komm her. Oh Gott. Verdammt. Ich kann leben. Oh weh, oh he he. Wir sind im Orange. Ole, ole. Ey, 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 ey. Man hört'n das mal auf zum Wirken. Seine Giftattacke. Hä, was ist denn da los? Die gehen voll auf ihm, hm? Das passt ja genau. Da können wir schon drauf. So. Schönen Kreisler und dann rein da. So. Schöne Lack... Elektroattacken rein und dann geht's schon da hin. So. Das liegt dann nochmal gleich. Rein da. Ein Schwert. Ne, verdammt. Falsche Richtung. Umdrehen, umdrehen. Schliess, schliess, schliess. So. Hoffentlich war's das jetzt. Nein, verdammt. Ich brauch' unbedingt die Fatalwespe. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Gib mir mal was. Erste Hilfe. Oh man, da sind die anderen Viecher. Ist abgehauen. Ich seh' nicht mehr. Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo muss ein Schwanz herumliegen. So. Trank. Mega Nährstoffe. Helfen die was? Nein, auch nicht. Aber irgendwo haben wir seinen Schwanz verloren. Äh, äh, sein Ding. Ja. Muss ja herumliegen irgendwo. Ist er das noch? So. Wart ab. Nicht stören jetzt. Mann. Egerzeit, ne? Euch gar noch. Verpisst euch. Jetzt gehen sie wieder, ne? Die Feigenschweine. Wir brauchen unbedingt Heilung. Irgendwas kann man uns herstellen, was, äh, Herstellung. Trank. Zack, 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 zack. So, nochmal schauen. Herstellung. Veganerstoffe. Max, zack, 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 zack. Ja, gib her. Haben wir irgendwas? Kräuter. Nee, 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 nee. Da ist er wieder. Das könnte man nur essen. Das können wir nur essen, ja. Da Max, Max trank. Warum? Ich brauche Heilung, verdammte Scheiße. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Unser Freund. Verdammt, ich werde sterben jetzt, ne? Das ausschaut, ich werde sterben. Kommt er runter. Ja, wie komme ich da hoch jetzt? Hallo. Oh, ich gehe und stehe, tut mir der Schädel weh. Die, 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 die. Es ist stressig jetzt. Gibt es da unten so eine Heilkräuter oder irgendwas? Keine Ahnung. Braucht ein Lager. Was ist da? Da oben safe. Kräuter. So. Boah. So, Karte schon. Mhm. Nee, warte mal. Den markieren. Hier hin. So. Jetzt mal schauen, vielleicht findet man noch irgendwas. Hilfsmäßiges. So, rein da. Ausrichtung. Ähm. B-b-b-b-b-b. Nicht ändern. Äh. Objekt ist das da. Ähm. Und das wieder mit. Dann eine Nährstoffe. Irgendein Fleisch haben wir gehabt. Da ist es. Ja, okay. So. Faster. Und wir sind wieder fit. In Ritt. Der zweite Akt kann losgehen. So. So. Wir sind wieder voll gesund. Müssen wir öfters machen. Ah, da ist noch was. Von, von Zora mag er das. Packt er raus. So. Nee, nee, nee. Warte mal. Falsche Seite. So. So. Was haben wir da? Ein Käfer. Echsen. So, hinten hat sich unser Freund versteckt. Geschäft ist alles. Ja. Mach da ein Nickerchen. So. Das haben wir noch rein, ne? Man sieht uns jetzt richtig. Bleib stehen. Jawohl, das ist schön jetzt. Und rundherum. Schlag und dann rein da. Ja, jetzt ist er fertig gefahren, ne? Unser Kollege. Was hat denn das? Was hat er mitgeschaut? Da was rum. So. Und Umschlag. Wo, wo ist er denn jetzt wieder? Ja, jetzt fangt er an wie der Tobi. Oh Gott. Beruhig dich hier, Alter. Megatrank. Megatrank. Okay. Jetzt brauchen wir unser Jerky Flash. Tal, Wispis. Sehr gut. Hermigisch. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Er hat daneben gefahren. Ärgerlich. Sehr gut. Haben wir den auch geschafft. Den ja auch noch. Ein Knochenhaufen wäre in der Nähe. Aber, ne. Nehmen wir das mit. Was nehmen wir damit? Schuppe. Eine Klaue. Eine Schuppe. 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 Wo ist denn der Knochenhaufen? Oder da hinten? Den müssen wir auch klüren. Brauchen wir auch für die Quest. Für die Lieferung. So. Sonst noch irgendwas. Mein Megatrank hat schon das Ding gesehen. Ansonsten noch ein Knochenhaufen oder irgendwas. Interessantes hier. Ah, okay. Das ist ein Geheimgang. Mhm. Da könnten wir ein Lager bauen, ne? Vielleicht kommt das nachher. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Wo ist sie? Ich dachte, sie wäre bei dir. Ich gehe noch einmal nach ihr suchen. Nein, wirst du nicht. Ja. Es geht dir gut. Oh. Ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung. Beruhige dich. Ich bin nur froh, dass du nicht verletzt bist. Danke. Ich wollte mich verstecken, bis er weiterzieht. Aber du hast mir die Mühe erspart. Ja. Das ist schon gut. Ja. Das ist schon gut. Wir hatten eine Abmachung, weißt du noch? Habt ihr möglichst viel über das Tal erfahren? Jetzt erzählt mir alles. Was habt ihr da draußen gefühlt? Äh, erzähl du mal was, ne? Du bist ja länger hier, ne? Ich glaube, ich glaube, die Monster kommen zum Sterben ins Tal. Es ist ihr Friedhof. Und diese ganze Region ist ein riesiges, dazugehöriges Ökosystem. Hm. 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 Kommt mit! Du hast recht. Die Monster finden ihre letzte Ruhe im Tal. Sie spüren ihr Ende und ziehen hierher. Ihre Kadaver werden zu Nährstoffen für das Korallenhochland. Aus dem Tod entsteht neues Leben, das am Ende des Zyklus zum Tal zurückkehrt und wieder stirbt. Es ist ein ökologisches Wunder. Eines, das jedes andere in den Schatten stellt. Ja. Aber habt ihr euch je die eine wichtige Frage gestellt? Wie lautet sie? Wer ist das Kernstück? Welches Monster könnte als Nährstoff für ein derartig großes System dienen? Was ist das Geheimnis hinter der ältesten Wanderung? Ihr kennt die Antwort. Die Zora. Wahrscheinlich. Sie sind das Kernstück. Bingo. Der Tod eines Ältesten ist der Katalysator. Das Tal ist die Ruhestätte vom Zora Magdaros. Ich dachte, sie? Wer hätte die Tosita oder die Zora? Keine Ahnung. Zumindest sollte es so sein. Die Hinweise sind alle hier, doch der Zora ist nirgendwo zu finden. Er hatte eine Menge Energie in seinem Körper gespeichert. Wollte er sie irgendwo hinbringen? Hm. Weiß ich nicht. Aber ich weiß, wer es wissen könnte. Die ersten Viverianer leben hier schon viel länger als wir. Findet sie. Es regnet Leben. Wo? Plattel. Ui. Ich wollte nichts sehen. Plattel. Könnte ich doch nur weitere 300 Jahre leben. Vielleicht würde das gerade ausreichen, um das Ende dieses Wachwechsels zu sehen. Freunde, ihr beendet das. Nö. Ich möchte noch etwas hierbleiben. Sehen, was der Tod gibt und das Leben bringt. Okay. So, jetzt haben wir den auch geschafft, ne? Forschungsstufe. Ist ja schon maximal, ne? Oder Zora Magdoros. Sehr gut. Sehr schön. Hat uns gefallen, ne? Gut, dich zu sehen. Hm? Warum läuft mir die Zeit davon? Die ersten Viverianer sagen, wo der Zora Magdoros ist. Ja. Wenn wir sehen, kann man den Zora Magdoros eigentlich nicht. Das ist ja riesig. Naja. Packen wir die Sachen ein. Gut. Das müssen wir wieder herstellen. Ähm. Oh. Ich glaube, wir können es vielleicht kaufen. Schauen wir mal. Da. Ja, 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 ja. Bla, 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 bla. So. Wüchslungskugeln abholen. Hm. Kugel wie viel? Vielleicht. Das ist nicht so schlecht, ne? Alles vorbereiten. Lieferung. Ah, Lieferung. Okay, wahrscheinlich. So. Und. Machen sie keine. So, was schauen wir schnell? Botanica. Jetzt Botanica zuerst mal links, ne? Ökologe. Städigen. Mexikon. So. Reißzahn, Schwanz, Sehne, Klaue. Okay. Das ist gleich, wenn man aussteigen muss. Ist denn das Zora? Ne? Hier. Brechbar. Schaut sich irgendwie kleiner, als er ist, ne? Magna. Röhre. Bisslpanzer. Okay. So. Botanica. Anbauen, aber nix. Ernten. Nehmen wir alles mit. Oder? Belassen. Anbauen. Das könnte man anbauen. Was brauchen wir denn? Köderkäfer. Düngen. Düngen. Lockmittel. Aktivieren. So. Naja, somit haben wir das wieder geschafft, ne? Dieses Mal. Ich und Herr Mikkisch sagen Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.